Das Geräusch von mir Ja, ich warte bis die Vanguard Kisten richtig teuer werden und dann mach ich die Vampire, okay so Ich hab ein bisschen Parahub Oh, war das schlecht von mir, hol ich Alter, wie scheiße ungewohnt ist das denn? Wie klein Junge, jetzt fack mich dran schärfen Alter ist das ja mal... Lol, Alter ist so scheiße ungewohnt so zu zocken, ne? Was denn? Hä? Auf 16 zu 9, wenn du vorher 4 zu 3 gespürt hast, das sieht einfach so scheiße aus Was? Ja Wohin, wohin, wohin? Outside A? Was sieht scheiße aus? Outside, outside Ich weiß gar nicht Outside Junge, Alter, wie... Wieso, 16 zu 9 ist das wirklich richtig? Ja, das hab ich mich auch mal gehofft Ja Da kommt man nicht voll schnell dran So spielen hier Profis irgendwie in Streams irgendwie Man spielt sogar auf 16 zu 9 Man spielt sogar auf 16 zu 9 Ich spiel grad 16 zu 9 Nein, dann mach ich was niedriger, ist noch was niedriger, ne? Ja, normal haste 4 zu 3 mit Stretch So hab ich auch immer gezockt, aber mittlerweile... Oh, 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 oh! Catwalk! Catwalk! Catwalk Catwalk Zwei! Einer Heaven! One Heaven! Hab ihn! Benz! Benz! Bitte aufpassen, die kann man wahrscheinlich nicht in das Blech ergangen. Ja, ich richtig sein. Einer push von hinten! Einer push von hinten! Oder? Ja, über uns. Nice, Leute! Wo, wo? Richtig gut! Rampe, 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 Rampe! Two ramp! Alter, das ist doch niemals richtig! Wo ist die Bombe, wo ist die Bombe, Tim? Hinterm Container, hinterm Container! Hinterm Silo! Ander Silo! Ganz Silo! Good Job! Das ist so, wie ich gerade spiele, das ist voll unge... Ronovitz, was soll der Scheiß? Wenn ich für endlich mal beschützt bin... Alter, dann spielst du auch wieder normal! Ja, ja, aber was... Was hat er gesagt? Hast du dich mittlerweile dran gewöhnt? Jaaa, aber ich mach irgendwann mal wieder zurück... Jaaa, aber ich mach irgendwann mal wieder zurück... Ah, Steps! Ander war Arcade-Work! Jaaa... Von hinten? Oh nein, der pusht, glaub ich... Warte jetzt! Wo, wo, wo? Ich weiß nicht, Garage! Ah, ist frei, nur die Bombe mit, kommt, kommt! Ja, Garage! Ist einer Lobby von euch? Der müssen Lobby, der ist nicht mehr! Der ist nicht mehr! Der ist nicht mehr! Good Job! Ich müsste, glaub ich, auch wieder umstellen... Ach, das ist ja so krank! So, vor uns halt Misty ist da! Also, selbst in 4-Tier sieht die eigentlich ziemlich nice aus! See, again, it's dead! Get down! Get down on my knees! On a winter's day! Mach ich die Bombe! Okay, kann ich nicht alleine legen! Wird's auch runterschmeißen können! Nein, 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 nein! Oh! Sorry, mate! Ich hab... Ich hab schon zweitmal meinen Mate eingeschossen, weil ich aber so... Der würde... Was Glück gehabt! Ja, ich bin gerade nachgegangen... Ob ich noch... War drauf? Kommt! Ja, ich bin A drauf! Äh... Fuck! Heaven Smoke gefällt! Junge, Tim! Wo ist ein Red Bull? Äh, man! Plente! Wo ist die Bombe, Junge? Orange! Ja, im Forst! Weihnachten, noch Knarre! Man! Man! Ja, ist einer! Man, ist der Letzte! Man, man, man! Nein! Was hat der Typ gesagt? Ich glaub, der hat irgendwas von Forst gesagt oder so, ne? Kein Wort verstanden. Grund oder Forst? Forst! Grün! Brauchst du die OMP? Tauschst du? Gib mir mal die Bombe! Gib mir mal die Bombe! Danke! Wir werden was machen! Ich hab jetzt das Deutsch reden! Korrekt? Ja, aber so... Naja, halt auf! Naja, halt auf! Ja, ja, ich glaub der ist auch kein wirklicher Deutsch! Einfach nur so! Oben! Oben! Catwalk! Heaven! Der ist runtergejumpt! Nice! Heaven, 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 Heaven! Plente auf Silo! Äh, auf diesem scheiß Ding auf B! Plente auf Silo! Gib auf diesem scheiß Silo! Main, Main, Main! Der war auf B geplantet, ne? Einer war Main! Einer von denen hat... Die haben nen Bot! Wo, 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 wo? Heaven! Ich hab immer noch auf B geplantet! Das ist auf A! Geht springt runter, geht Wenz zum Beispiel! Bombi! Das ist noch einer! Aber der einer von denen ist schon raus, ne? Sollt, die geben auf! Die geben auf! Was? Was? GG! Ping gegen Rokato! Alter! Schnelles, schnellstes Spiel ever, ey! Ich krieg nichts, Mann! Ich krieg nichts, Mann! 1,3 Kälte! Alle treiben kaum was! Das kannst du glatt so auf YouTube hochladen!